Willkommen zurück zu Let's Play, der Grinch! Ja, ich hab mich jetzt nochmal schlauer. Es tut mir leid, dass ich mich hier wieder schlau mache, aber sonst dümpeln wir hier bis nächstes Jahr Weihnachten rum. Ähm, ja, ich glaube sogar, ich hab alles Erreichbare erstmal jetzt hier gemacht, weil einige Sachen kann ich noch nicht erreichen. Erstmal jetzt gucken, die Post ist das blaue Gebäude gegenüber dem Gerüst, also das hier. Oh, hey! Schalim, schalom! Das war Äthike Nummer 9, sauber! Fehlt uns nur noch einer. Ne, der ist es nicht. Okay, hier geht's zur Post, um die Post zu vertauschen, aber erstmal suche ich, ja, genau das hier. Die Möglichkeit, um zum Kaputnikberg zurückzukommen. Okay, faule Eierwerfer. Mal gucken, ob wir sonst noch irgendwelche Teile haben. Ja, der faule Eierwerfer. Da fehlen uns noch zwei Pläne, okay. Das heißt, die müssen wir als erstes suchen. So. Hm. Nein. passt so erstmal noch am besten. Okay, dann haben wir hier auch erst wieder alles und ich würde sagen back to who start. So, als erstes jetzt hier ab in die Telefonzelle, die hier irgendwo stehen muss. Da wird sie nämlich jetzt erst wieder umgezogen. So, wir gehen in die Post. Würde ich sagen. Auch wenn uns ein und es fehlt noch ein Gemälde. So, ab in die Post. So, ab in die Post. Folgt die Frau uns? Ne, tut sie nicht. Gut, dann gehen wir hier hoch. Wow. Hey, was soll der Quatsch? Los, Max. Holen wir jetzt erstmal unseren Hund. Mal gucken, was der jetzt hier erledigen kann. Hier ist blau. Alter. Was zur... Okay, hier ist eine Sackgasse. Das wird ja richtig... Das wird richtig lustig. Ich laufe einfach mal so, weil richtig wissen, wo ich lang muss, weiß ich eh nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass einem die Lichter hier irgendwie weisen sollen. Sauber. Tür geöffnet. Okay. Tür geöffnet. Okay. Okay. Ich glaube, das war jetzt hier... Das war jetzt auch wirklich die Tür, wo ich hin sollte. Okay. Fug. Los, Max. Jetzt muss erst Atticum Hund hier wieder... die Sachen regeln. Okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Gehen wir jetzt erstmal hier wieder Richtung Rot. Hier sehen wir nix, dann gehe ich geradeaus weiter. Hier ist jetzt was Grünes. Okay. Okay, das ist die lilane Tür. Hier geht's blau, da ist gelb. Hier ist wieder rot. Okay. Da komme ich dann wieder da raus, wo ich gerade war. Okay. Nehme ich jetzt mal hier den gelben Gang. Ah ne, hier war ich ja gerade. Gut, 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 gut. Dann gehen wir jetzt hier Richtung Blau. Kommen wir da raus. Gehen wir mal hier lang und dann hier Richtung Gelb. Okay. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Leute, wo ist das denn? Los, Max. Das ist doch nicht wahr, ey. Woher soll ich denn wissen, welche Tür sich dann öffnet? Ja, blau war ich schon. Dann komme ich wieder raus. Das ist die Tür, das ist die. Hier, wenn ich hier reinkomme, komme ich hier raus. Wer soll das denn bitte? Max öffnet die Tür. Ja, schon verkackt wieder. Ja, jetzt ist der Hund wieder hier, oder wie? Oh, wie ich solche Rätsel schon wieder hasse. Wartet mal. Ich probiere mal was anderes aus. Muss ja auch noch andere Lösungen geben. Okay. Jetzt komme ich hier nicht wieder raus, ne? So. Hier ist rot für die Tür. Komm. Dann öffnen wir jetzt rot. Ne, da geht es wieder andersrum. Ja. Haben wir das schon mal. Gut. Ah. So. Ich glaube, so langsam kriege ich das System raus. Ja, ich bin, was das angeht, echt ein bisschen langsam. Aber. Ach so, drücke. So. Nein, bist du nicht. Ach, jetzt vertauscht er hier die Post wie im Film. So, aber Post vertauscht. Gut. Wie würde ich jetzt auch sagen, speichern wir das Ganze erstmal. Immerhin haben wir was geschafft. So. Ähm. Ja, hier, fortfahren. Die Tür ist verschlossen. Okay. Los, Max. Dass die gelbe Tür sich öffnet. Okay. Und so, jetzt nach dem gelben Licht. Ja, das habe ich nämlich vorhin nicht gemacht. Also die Post vertauscht. Hä? Ja, da kommen Briefe aus der komischen Textur. Alter, die 3D-Texturen von dem Grinch, die sind einfach so gut. So. Los, Max. Okay. Und jetzt da, wo blau ist, ne? Nein, da, wo blau ist. Nee. Da bin ich wieder falsch. Muss ja da hin, wo blau ist. Na, komm, laufen wir. Jetzt gucken wir mal in Ruhe. Okay. Jetzt gucken wir mal in Ruhe. Bis wir den... Diese blaue Scheiße finden. Hier wird das jetzt, glaube ich, zu... Nein. Gehen wir mal hier lang? Auch nicht. Jetzt werden wir uns auch die letzte Post vertauschen. Ich mache, glaube ich, einen Fehler. Ich suche die ganze Zeit nicht nach diesem Dreck... Äh, nach diesem Drecks Bauplänen. Ich muss noch zu einem dritten Schalter finden. Na, hier war ich ja schon. Wenn ich jetzt hier runtergehe... Ja, dann komme ich zu dem gelben. Da war ich ja schon. Na, da kommen wir wieder raus. Laufen wir jetzt einfach mal geradeaus. Da geht nicht. Dann laufen wir hier lang. Geh jetzt hier nochmal lang. Okay. Ne, schon wieder verkackt. Los, Max! Warte mal. Machen wir das jetzt damit. Ich muss ja nur dreimal, glaube ich, die Post vertauschen, oder? Ne, fünfmal. Ih! Okay, dann werden wir das heute mit Sicherheit nicht mehr schaffen. Aber... Einmal machen wir es dann auf jeden Fall noch. So, pink als nächstes. Da ist es. So. Machen wir das jetzt so. Zack! Ich muss doch immer schon die Geschenke hier mitnehmen, weil da kommen wir mit Sicherheit nicht nochmal dran, ne? Und wieder Post vertauschen. Hä? Was? Mo, ha, 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 ha. So, an der Stelle speichere ich auch erst wieder. Komm, spiel gespeichert. So. Und ich sag an der Stelle dann, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play, der Grinch. Tschüss! Und ich sag an der Stelle, der Grinch, 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 der Gr